Auf uns, auf uns. Ist das schön. Ist das schön. Aber irgendwie fehlt hier was. Die Sonne, oder? Ja. Hm. Erstmal Barcelona, oder? Ey, auf jeden Fall, Alter, los! Wir sind ja hier jetzt angekommen und wir haben einen wunderschönen Blick auf das Meer. Und ja, wenige Minuten vom Spot entfernt und ja, den schauen wir uns jetzt mal an. Ja. 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 Das ist wahrscheinlich der beste Spot, wo man überhaupt sein kann im Winter, wenn es bei uns regnet. Und ja, wir haben zehn Tage vor uns und es wird richtig fett, aber ja, leider ist für mich heute schon rum. Ja. 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 Hier ist die Sonne, die ist ziemlich hell und ich möchte schlafen. Wie viele Stunden? Was ist unterwegs? 15, 16 Stunden und ich bin die ganze Zeit gefahren und niemand hat sich mal bereit erklärt, das Auto zu füllen. Das ist doch schön. Das ist echt schön. Jetzt wird's nochmal. Okay nochmal, jetzt. Wie war die erste Nacht? Scheiße, Janik, komm, das ist scheiße. Ich muss mich meinen Penis rausholen. Kondo, ihr wollt's doch. Hol dir das? Ihr wollt's? Nein.